Da stand ich wieder, am Bahnsteig, auf dem Weg in Neue Abenteuer. Was würde mich heute erwarten? Let's find out! Wo geht's heute hin? Heute geht's mal wieder ins gute alte Black End. Und zwar spielen da Wannbagen und Rock'n'Bolle. Schön, Bankrock, Rock'n'Roll, genau das Richtige. Und das Lustige ist ja, genau das gleiche Konzert, oder zumindest nicht das gleiche, also Wannbagen und Black End, haben wir schon mal gesehen. Und zwar in Durch-die-Nacht-Episode Nummer 5. Lang, lang ist's her, über zwei Jahre. Da wollen wir mal gucken, wie die sich in zwei Jahren entwickelt haben. Wenn wir da sind, dann trinken wir weiter. Aber da gehen wir noch woanders hin, das seht ihr aber gleich. Durch die Straßen der schönsten Stadt im Ruhrgebiet laufen, das ist schon was Feines. Das mag ich hier schön am U entlang. Und jetzt geht's erstmal in den besten Plattenladen in Nordrhein-Westfalen. Ja, wie angekündigt, jetzt im schönsten, tollsten, interessantesten Plattenladen in NRW, bei Edith Records natürlich. Da gucken wir gleich nochmal hier, der Major ist hart am Arbeiten. Und neben mir steht schon der Callful Cool. Fast sowas ähnliches wie Fernsehen, ja. Ja, der Callful Cool. YouTube nennt sich das inzwischen, ja. Ja, was, äh, was, äh, hier steht heute an? Das ist ein bisschen zu nah. Ja, was steht heute, ja, sag mal, was steht schon heute an? Heute steht an, Black End, Wannbagen und, äh, so eine Rocken, Rotz, Roten, 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 Bolle, oder so heißen die, glaub ich. Weiß nicht, keine Ahnung. Kostet nichts, gibt Bier. Ja, wir wollen mal weiter pinken, ne? Das ist ja so schön hier, hier kann man beim Plattenkram, ne? Schön das Bier in so einen Halter stellen. Perfekt. Richtig gut. Was ist denn gerade euer Bestseller? Was, was geht an Platten am besten? Du wirst lachen, ich verkauf jetzt gleich ungefähr fünf Kadammerfickerplatten. Doch, vier. Der junge Mann hier vorne kauft gleich eine ganze Horde Kadammerfickerplatten. Guck mal hier. Eins, zwei, drei, vier und anderen tollen Scheiß, wie Nick aus Schweden. Nick, ja, sehr gut. Kennt man. Sanfairion. Neckowalt. Ah, spitze, spitze, spitze. Gorgas auch schön. Ultraklassiker und natürlich At The Gates. Ja, das ist auf jeden Fall... Ne, aber so der Topseller der letzten zwei Wochen. Welche Platte hat sie am meisten verkauft? Schwierig zu sagen, also ist halt jetzt gerade ein bisschen ausgewogen. Ich kann euch sagen, welche die nächste Platte sein wird, die sich am meisten verkaufen wird. Welche? Die Mayhem. Absolut, mit Abstand. Kann ich euch sofort sagen. Das ist eine der geilsten Mayhem-Platten. Ich meine, es gibt ja eigentlich nur eine und dann kommt jetzt praktisch die zweite. So, immer noch Edi, aber gleich geht's so vom Wagen. Versprochen. Erstmal ping, ne? Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. So, früh am Abend schon, ah, Piss-Shot hier im Winter, man sieht mal einen Idiot, das haben wir leider verpasst, da waren wir gestern, mussten wir auch mal ein bisschen Pause machen. Jetzt spielen gerade Rock'n'Bolle, wie ihr gesehen habt, und dann kommen wir an Wagen, das wird heute ein Funkprogramm und mein Tag. Unglaublich, ich habe hier drei Pinks, das muss schon pissen wie drei Eber. Aber Dortmund hat gewonnen, 3-0 gegen Wolfsburg zu Hause, supergeil, zweiter Tabellenplatz, drei Punkte hinter dem Spitzenreiter, so geht das, nur der BVB, aber nur der BVB. Hier auch schön, habschön, äh, war ich bei Idiots, ne, das zeige ich euch live, was ihr da gekauft habt, habe ich euch schön ein Scumfuck Outlaws T-Shirt geschenkt bekommen. Ich bin sehr begeistert, es ist mir eine Ehre. Scumfuck Outlaws, auch sehr gute Band. So stehen wir hier am Bergmann-Kiosk, das ist auch eine sehr, sehr bekannte Lokalität in Dortmund, direkt neben dem Black End, da stehen die Leute mal rum. Heute hat der BVB auch 3-0 gewonnen, da trinken die Leute auch gerne nochmal ein Meer mit. Und man muss dazu sagen, äh, Bergmann-Bier, das war die erste Brauerei in Dortmund. Also so, ne, irgendwann, keine Ahnung, um die Jahrhundertwende. Und dann hat sich irgendjemand gedacht, so, ja, geil, die Marke gibt's nicht mehr, ich kauf die auf, ich mach das jetzt wieder neu. Und seitdem geht das halt durch die Decke hier in Dortmund, Bergmann-Bier. Und jetzt sprechen wir nochmal mit den Ladies vom Bergmann-Bier-Kiosk, was sich denn hier so gut verkauft. Bergmann-Kiosk, das ist ja auch mittlerweile eine Institution in Dortmund, neben dem Black End hier, direkt nach Dortmund spielen, ist hier ein bisschen mehr los als sonst. Heute ist schon ein wenig genug. Und das in einem Herbsttag. Was verkauft sich heute am besten? Heute am besten Pilz und Spitzial vom Fass. Pilz und Spitzial vom Fass? Also gar nicht Flasche, sondern vom Fass? Eher vom Fass, ja. Was ist das Besondere am Bergmann-Spezial? Ich muss nochmal probieren. Ich würde sagen, die Ausgewogenheit, so unterschwellige Geschmacksspitzen im infraroten Bereich. Und natürlich, der Abgang ist schnell, aber trotzdem mit Nachdruck. Das sind ja auch ein Kunden vom Bergmann-Kiosk. Dortmund hat heute 3-0 gewonnen, zu Hause. Das ist natürlich immer sehr schön. Und danach trinkt man sich Bergmann-Bier. Ja, auf jeden Fall. So, was ist dein bevorzugtes Bergmann-Bier? Das Schwarze, natürlich. Das Schwarze. Ja. Warum? Das Schwarze hat einen besonderen Geschmack, einen einzigartigen Geschmack und einfach süffig und lecker. Es muss ja weitergehen. Ping. Hier sind wir mit dem Olli. Hallo. Rockenbolle aus Hamburg. Was verschlägt euch denn nach Dortmund? Also ich meine, nicht, dass Dortmund keine schöne Stadt ist, es ist natürlich die beste Stadt. Also wir haben letztes Jahr schon mal in Essen gespielt, im Südrock, heißt es glaube ich, und wollten unbedingt hier nochmal spielen. Und ja, dann ist uns der Laden empfohlen worden und dann habe ich mit der Mine gesprochen und die so, ja klar, können wir machen. Und dann sind wir gekommen. Wir spielen überall, wo wir uns beim Westen, ganz Deutschland, Kurven herum, um rumzukommen, Leute kennenzulernen und zu spielen natürlich, unsere Musik zu verbreiten. Ja, das war ja auch ganz gut. Das ist ja schön so, ich würde das als so Assi-Punk-Rock bezeichnen, aber Assi im besten Sinne. Vielen Dank. Wie lange gibt es euch schon? 15 Jahre nächstes Jahr. 15 Jahre? Ja, nächstes Jahr kommt Album Nummer 2 raus und 15-jähriges Band-Gemitee. Zwei Alben in 15 Jahren, das ist natürlich auch. Wir haben spät angefangen, die ersten sieben Jahre rumgedödet. So, ja, wenn du jetzt mal überlegst, was war so die Band, mit der du angefangen hast, die für dich den Ausschlag gegeben hat, dass du Musik machen wolltest? Um Gottes willen. Das ist ja hier die Gämmet hier, die Rock'n'Roll-Cream. Ich kann das so gar nicht sagen. Also ich kann die Geschichte ja mal kurz erzählen. Da war ich irgendwie Anfang 20 und habe in der Dorfdisco als Gläser- und Flaschenboy gearbeitet. Und da hängen immer so ein paar Idioten rum und die haben mich immer so mal, hast du nicht Bock zu singen? Damals habe ich Haare kurz gehabt und es gab Menschen, die meinten, ich würde aussehen wie hier der von Pantera, der Singer. Aber wie kurze Haare und ein, zwei kleine Tattoos und so ein Scheißen. Und dann haben wir das mal probiert, das war natürlich manchmal gar nicht schlecht, aber so bin ich zur Musik gekommen. Das hat also nicht so mich musikmäßig beeinflusst. Ich habe immer gesagt, ja, klar, warum nicht? War ganz spontan und so hat sich das im Laufe der Welt fortgeführt. Ja, und wenn wir jetzt, euch steht, ihr seid ja in Dortmund hier, auch, wie findet ihr Dortmund? Wart ihr schon mal in Dortmund, Kinderin? Nein, ich persönlich noch nicht und wir sind heute Nachmittag angereist nach Unna, da schlafen wir. Ja, und hier rüber. Krille, komm mal ins Bild. Das schöne Unna. Komm mal her, komm mal her. Der ist, der Krille. Der ist, ah, die haben wir ja auch, ja, hier. Ja, ne? Und. Trotzdem kein Wort. Ne, äh, ich, ich auch. Ja. Nein, also, äh, da haben wir unsere Unterkunft heute und dann sind wir rüber, haben Essen und dann schon Aufbau Soundtracken und los läst's, ne? Ja, genau. Ja. Und jetzt, äh, saufen, ne? Ja, wir sind ja schon etwas älter. Wer, 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 ja, warte, warte, warte. Wir sind mit zwei Autos hier und ich bin diesmal nicht der Fahrer. Ja, perfekt. Meistens bin ich ja der Fahrer, aber diesmal nicht. Ja, perfekt, dann gib mir. Dann kann ich mir nicht mehr trinken, ja. Ja, mach das mal. Das mach ich auch. Vielen Dank. Ja, ich danke dir. Hier ist die Pankrock Lady Nummer 1 im Ruhrgebiet. Es gibt keine Frau, die mehr Pankrock ist. Ihr könnt euch anstrengen, wie ihr wollt, aber sie ist mehr Pankrock. Ja, aber es ist so. Okay. Rotes, äh, ne. Was? Mädchen mit den roten Haaren, ne? Wie von den Idiots, äh, die Gämmet. Hier, jetzt, jetzt geht's gleich los. Jetzt geht's, ja, jetzt geht's, ja, ja, ja. Ja, deswegen muss ich auch aufbauen, aber ich werde hier gerade aufgehalten bei der Arbeit. Oh, na sowas. Dann machen wir das gleich nochmal hier schon, ne? Wir müssen uns gleich wiedersehen. Ja, ja. Freust du dich hin, oder? Äh, ja, immer. Immer, ne? Das ist auch ein, äh, Mensch, der, äh, in der Durch die Nacht sehr prominent ist, weil er immer dabei ist. Und jetzt haben Rock'n'Bolle gespielt und gleich war ein Wagen. Was sagst du? Hast du meine Schoko-Sasen-Seite erwischt? Ja, natürlich, ja. Dann, 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 dann ist ja gut. Ja. Äh, ja, kann ich nur nicht sagen, weil ich bin gerade eben erst gekommen, deswegen habe ich Rock'n'Bolle verpasst. Aber ich bin sehr gespannt auf, äh, vom Wagen, was die gleich so vom Teller reißen. Schon mal gesehen? Nee, deswegen. Ah, okay, ja. Ja, und weil, weil hier im Black End, ne, da fühlt man sich eh immer zu Hause und verlaut ein Jao, ne? Und, äh, da kann man das nochmal machen. Es geht sich um Folgendes, dass es, äh, Gerüchte gibt, im 2020 könnten geile Shows stattfinden in Bochum. Wo, im Wageni? Trompete, Trompete, oder vielleicht auch in der Rotunde, wenn gar nichts geht, auch Wageni. Ich habe so geile Titten. So, ja. Ich habe so geile Titten, weil Bon John und John Porno wären dabei. Die geile Band von da drinnen, die aus Hamburg angereist ist. Nämlich die Rock'n'Bolles wären auch dabei. Und ich hörte davon, dass so geile Minister und die Kadaverficker die letzte Punk-Band dieses Planeten wären. Ja, das ist richtig. Das wäre ein geiles Trio. Das ist richtig, ja. Wir machen aber auch viel kaputt, ne? Das liegt daran, dass ihr kaputt seid. Bringt doch euer eigenes Equipment mit. Das ist auch selten, ne? Zwei Pippi-Shots an einem Abend, aber wat mut dat mut. Geht mut, baby! Jetzt stehe ich hier draußen, gerade spielen Van Wagen, ne? Und dann stehe ich draußen mit interessanten Leuten, die wollen aber nicht vor die Kamera. Die gucken sich den Scheiß aber an und die freuen sich schon auf den Metal Slam. Mit Ernie, ne? 28.11. Da wird's nochmal richtig asozial und eklig, weil Ernie verteidigt seinen Titel hier. Metal Slam und die Ficker machen Rahmenprogramm. Das wird eine elende Scheiße. Das will keiner sehen, aber trotzdem werden die Leute hier sein. In diesem Sinne. Musik ist schon wieder viel zu gut, da vergiss man mal hier pingen zu machen. Ja pingen, ne? Ja potzen. Wenn man hier schön pressen, da macht man ja schön mal auch Fosa-Fotos für die Presse, ne? Für die Presse auf der Fresse. Ihr Fotzen! Und hier ist der Pippo! Aaaaaaah! Van Wagen, damals warst du noch bei Disminded, richtig? Ja. Ja. Und jetzt bist du bei Van Wagen. Ja. Ja, und wie ist das von Death Metal auf Punk Rock umzusteigen? So. Achso, einfach nur einen Schritt nach links, sagst du mal? Ja, genau. Einen Schritt nach links, obwohl das recht ist, aber ist egal. Ja, rechts, das sagen wir nicht. Ich wollte einfach auch dich erinnern, dass du mich interviewt hast wegen Kadabra-Ficker. Ja, 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 und das war damals Disminded. Ja, ne? Disminded, da hast du mich auch aufgenommen und dann hast du auf dieser Doku mich Rino. Ja, weiß ich auch nicht warum. Warum Rino? Habe ich ein Rino-Gesicht? Ja. Aber jetzt wissen wir ja, das Pippo von Van Wagen. Van Wagen, Serpentiterauer. Ja. Ja. Ja, und jetzt bin ich da. Und jetzt spielt ihr demnächst mit Life of Fucking Agony. Das ist ja, das ist ja krass. Ja, Life, noch, bevor das die Sterne. Ja, Life of Agony, ja, ja. Ja. Nicht Death of Agony. Da ist Clarissa. Und da ist sie. Und da ist sie. Gambit rockt. Gambit. Ne, macht das weg. Ja, hier. Oh, guck mal, was treiben die da? Schau mal. Oh, was ist da los? Na, was ist da los? Ich komme auch mit. Ja, du komm rein. Was macht ihr da? Ich bin da, komm mitmachen. Wir haben ja Heimnisse, wir lässer ran. Und deine Gitarre tut mir auch immer sehr leid. Die braucht das ja, ne? Die braucht das? Die weint sonst abends. So richtig rein, reingefickt werden. Ja. Genau, die braucht das. Sonst liegt die Abends im Bett und dann rollt die. Und jetzt spielt ihr ja mit Life of Agony. Ja, und Doll. Und mit Doll. 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 Ich bin wünsche von Doll. Ja, Doll. Ja. 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 Ist das auch so ein Live-Goal, irgendwie mal mit solchen Leuten zu spielen? Weil das ein Live-Goal? Ja, so ein Lebensziel. Ach so. Ja. Wann ist das los? Die machen da Schreinereien. Ja, natürlich ist das geil, ne? Ich meine, ich bin so ein Kind der 80er, 90er, ne? Und wenn du dann so was mit Life of Agony und Misfits, Doll, ja, das ist natürlich so, ne? Das ist schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ja, das freu ich mich schon mal auf, ne? Gibt es noch irgendwas so, so Nord- oder Turak Open Air, wo ihr gerne... Äh, ja klar, ne? Wir nehmen, was da kommt, ne? Und wo wir dann so machen wollen. Und das ist ja auch total lustig. Ich meine, jetzt spielt ihr im Black End, das ist ja eher so eine kleine Show, und dann habt ihr halt den Doll-Gick in Münster, in, keine Ahnung, wo... Und Jaya the Cat haben wir jetzt gespielt und wir spielen noch am 16. Hälfte mit den Lokalmaterialien und Turak. Wie bei dich, Mann. Ja, wir machen ja beides gerne, ne? Wir spielen ja auch gerne kleine Rück-Club-Shows, aber wir freuen uns natürlich auch über die größten Rück-Shows, so sieht es aus. Ja. Ich will auch nur ein Foto mit Doyle und mit Mina. Du willst ein, du willst ein Foto auch mit Doyle? Ja, und heißt der jetzt Mina hier von Life of Agony, der wird ja jetzt ticken. Ja, die Mina Caputo. Ja, die Mina Caputo. Mina Caputo? Ach, Mina Caputo heißt der jetzt? Wir wollen Vinyl. Ja. Wir brauchen dringend Vinyl. Es hilft ja nichts, es muss ja weitergehen, ihr Fotzen. Ping! Deswegen liebe ich den Pott ja, weil man geht hier irgendwie 200-300 Meter und dann ist da eine Kiosk-Trinkhalle und dann kann man sich neue Kaugummis kaufen oder auch mal ein Bierchen oder auch neue Kippen. Das ist einfach super schön. Man baden, das ist ja eigentlich gar nicht deine Musik, aber findest du trotzdem move oder was? Ich hab sie doch gar nicht gesehen. Du hast sie ja gesehen? Nee. Wenn du dir eine Band aussuchen würdest, die im Black Gang spielt, welche wär das? Nee. Sing Timonium. So, jetzt machen wir mal wieder durch die Nacht, wie es damals eigentlich gedacht. So, jetzt machen wir mal wieder durch die Nacht, wie es damals eigentlich gedacht war, als ich dieses Format angefangen habe, hier, jetzt geht die Scheiße mal aus hier. Motherfuck. Jetzt machen wir mal durch die Nacht, wie es damals gedacht war, als ich diesen Kanal angefangen habe oder generell, jetzt geht die Scheiße hier, macht das an. P***. Ne? Wie das halt gedacht war, als ich angefangen habe, das zu machen. Wir besuchen verschiedene Locations. Jetzt waren wir bei Van Bagen und... P***. P***. Jetzt waren wir bei Van Bagen und rocken Bolle. Und jetzt geht's noch weiter. Irgendwo? Keine Ahnung. P***. Dann führt mich der Corporal hin. Und ich weiß nicht, was heute Abend noch passieren wird. Erstmal pingen, ne? Der Scheiß Corporal hat mich hierhin geschleppt. Es ist eine Scheiß... Was für eine F***party. Hier pingen nochmal. Corporal. Ja. Warum sind wir hier? Ja, um eine geile Party zu machen. Ja, was ist hier geil? Ich hör nur... Ja. Du stehst doch auch auf Elektro. Ja, aber nicht auf asozialen Elektro. Ja, abwarten. Mal gucken. Mh... Mh... Okay. Ja, wir müssen mal ping machen, ne? Jetzt stehen wir hier... In so einer komischen Cafeter Party irgendwas. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was mit euch kaputt ist. Keine Ahnung, was mit euch kaputt ist. Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen... Wir müssen einfach mehr Sau... Wir müssen aufhören, weniger zu trinken. Ich bin der geilste Typ der Welt und studiere Mathe. Ja, es tut mir ja leid. Das war ja mal... Das war ja mal richtig schlimm, ne? Das war ja mal richtig asozial. Aber nicht asozial im guten Sinne, sondern asozial im schlechten Sinne. Und dann habe ich meine Frau und ihre Freundin da rausgeholt. Hier, da sind sie. So. Meine kleinen Ficker-Fozzi-Bärchens. Irgendeine... Die Durche-Nacht-Folge muss immer auch enden. Ich war heute überall. Ich war bei Idiots Records. Ich war auf einem total schönen Konzert von Van Bagen und Rock'n Bolle. Und jetzt bin ich zu Hause und... Ach ja, genau. Ich war noch bei so einem... Bei so einer scheiß komischen... Fick-Party. Irgendwie... Was fällt den... Was fällt den Leuten ein? Was fällt dem Corporal und dem Grand Moff ein? Mich auf so eine scheiß Fick-Party ein. Alles egal. Wir machen jetzt hier abschalten, ne? Abschalten. Tschüss. Ja, nee, halt, stopp. Habe ich ja jetzt vergessen, ne? Die Platten nochmal eben kurz zu präsentieren, die ich bei Idiots geshoppt habe, ne? Bester Plattenladen hier. Einmal die neue Insomnium. Das musste halt sein. Auch hier geil. Schönes, magenta-rotes Clear Vinyl. Sehr, 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 sehr feine Platte. So, wenn man aus so atmosphärischem Death Metal steht. Mit Melodie und so. Super geil. Und als zweites... Mani. Kennt vielleicht auch der ein oder andere nicht. Wenn ihr es nicht kennt, guter Tipp. Hier auch schön aufgemacht. Hier so Clear Vinyl. Hole ich jetzt aber nicht raus. Egal. Das ist so Richtung Bursum. Wenn ihr Bursum mögt, ne? Dann werdet ihr da auch richtig voll bedient. So. Das wollte ich ja auch nochmal sagen. Ne? Hier schön nach dem Abspann. Hier Marvel Style. Und jetzt machen wir mal Tschüss, ne? Tschüss. Tschüss. Schweine Hinsame. Söder. abyte? Video Musik. Vielen Dank.